recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft spezial mit dem knolle ja hallo und was reitest du dich auch dabei und wir sind unterwegs was zu bauen und ich mache jetzt mal hier ein bisschen was mit dem holz weil dann habe ich ja reichlich gekriegt und baue erstmal hier ein bisschen da rein für den zugang hier ich habe hier glaube ich so angefangen hier darauf vor mir so eine empore hier oder wie man das auch immer schimpfen mag hat wieder gut geklappt ein holz daneben so jetzt wollen wir erstmal das soweit das ist alles sitzt schlag den fisch so haben wir schon bis zur ecke geschafft und jetzt können wir hier so schön bauen dass wir das so diagonal machen das war nur gucken dass wir das alles nachher ordentlich haben und passend also die zwischendecke kommt jetzt hier schon mal rein vorne und die frage wie weit die nach vorne und der erste steck ist schon mehr wie weit der nach vorne soll da ein daneben und da fing es eigentlich schon an hier mit dem wo bist du ich mache immer noch hier vorne die also soll nicht meinen wie viel holz sowas in anführungsstrichen kostet und da gefallen aber gar nicht so schlimm weil das hier gar nicht so hoch ist sehe ich gerade ok so dann müsste man überlegen ob man das so haben will ich muss mir mal gerade und schon wieder ins deckel ok da haben wir schon was hingebaut sehe ich gerade ohne fall schaden zu kriegen runter jetzt fängt es an zu regnen sieht gerade so aus als ob es dunkel wird ja ich habe ja bestimmt warte ich habe irgendwas mit meiner einstellung geändert dass es jetzt nicht mehr läuft oder was ne 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 in dem shader beschlägt eben halt dann das bild und da sind dann regentropfen drauf ok aber man sieht kein regen auch interessant ja das versuche ich gerade hier zu gucken woran das denn liegen könnte qualität ne sieht das jetzt nicht so aus schnell mal gucken das wetter ist aber an das heißt da wird sich noch einiges tun müssen hier mit dem holz respekt aber regen höre ich auch gar nicht decks haben wir noch ein paar das ist ein stuhl ah da ist noch ein grenzer ok dann müssen wir weiter gucken wie wir hier zurecht kommen der boden sieht auch ganz glitschig aus jetzt aber ne regentropfen an sich sieht man nicht auch als ich alles angemacht habe so ich muss jetzt mal gerade gucken also das ist diese höhe okay ja oder ne noch einmal ich glaube da muss er hin ich glaube da muss er hin ne ja soo jetzt muss ich nur noch gucken wie weit das ist die frage wie weit man hier vorne das macht tja hier ist sogar trocken wo nichts drüber ist das hätte ich jetzt nicht mal gedacht so wie breit muss es da oben sein dass es passend ist gute frage ne das ist ich glaube eine reihe muss noch mehr so und dann weiß ich nicht was haben wir geländer machen wir da dann an der empora dran ne ja ist da ja gut das passt da muss noch einer hin und hier muss es auch noch so sein oh schon alle das muss ich gerade mal zählen ne so auf diese höhe kommt das dann ein hoch ok die müssen wir weg also ich muss drei wieder runter eins zwei drei ja das passt alles hier soweit oh jetzt ist es wieder dunkel dois oder du ja wir ja So. Wird schon wieder Nacht, oder was? Weiß ich nicht. Ist alles bewölkt. Gut. Mal gucken, ob ich den Mond sehe. Oh, dunkel ist es. Ja, vielleicht mal. Smile rein. Oh, er hat schon wieder einen da hingehauen. Da muss der Mond aufgehen, nicht die Sonne. Nee, der nicht, der. Oh, wow. Klapp. Zwei Steine rein. Ich hab das Gefühl, dass ich ja keinen Hunger verliere. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, da müsste schon wieder einer hin. Oh, geht nicht. Zu niedrig. Ach, keine Steine mehr. So sieht's aus. Aha. Habe ich noch welche? Ähm, nein. Oh, dann machen wir erstmal mit Holz noch ein bisschen weiter. Oh, runtergefallen sind Shit. Das muss sich alles ein nach links verschieben. Oh, die Nacht ist dunkel, wa? Ich weiß es nicht, weil mir ist es generell dunkel. Weil ich jetzt hier nicht... Ne, ich mach hier grad... das Terraforming. Oh, warum setzt der mir den direkt vor der Nase in? Brrrr. So, wie war es auf der Seite? Okay, das heißt, da muss auch Holz hin. Genauso wie da auch. Der muss weg. Und da muss Holz hin. Gut. Passt. Oh, da schon wieder. So, jetzt. Toll. Und da geht's noch ein bisschen weiter. So. Das passt. Hier noch nicht. Aber da kann man auch noch ein bisschen was machen. Das passt. Das passt. Das passt auch. Zack. Sind noch Steine irgendwie im Ofen oder sowas? Äh, ich hab noch welche bei mir im Inventar. Okay. Ich kann die dir gleich geben. So, jetzt hab ich kein Holz mehr. Das Holz ist jetzt... Ah, na genau. So. 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 Haben wir noch Zaun-technisch irgendwas? Das hättest du, wenn da, ne? Oder? Ja, aber ich glaube, ich hab keinen Zaun mehr. Ja, dann müssen wir auch noch das Holz wieder haben. Kannst du hier oben ja vielleicht schon mal ein Geländer setzen, oder? Hier. Oder du schmeißt es hin und ich setze es. Es ist mir egal. Ah, da sind sie ja schon. Ich muss jetzt mal hier gucken. Ich glaub, mit dem anderen erkennt man nicht so recht viel. Also ich selber erkennt man ja wenig. So. Bis hier hin. Und ab hier geht's dann beliebig weiter. Jetzt machen wir das noch ein bisschen natürlicher aussehen. Okay, da ist das Geländer schon alle. Gut, dann haben wir hier einen Eingang und dann können hier die ganzen Bänke nachher stehen, ne? So, und dann haben wir jetzt keine Möglichkeiten bis auf einen Stein, den ich jetzt nur irgendwo weg habe. Keine Ahnung, wo der weg kommt mit mal. Ach, warte mal. Stein und I. Kann ich ja noch ein paar geben. Wo bist du? Okay, ich bin oben noch ein paar Dingens. Klar. Zap. Und... Nee, ist mir da. Gut. Alles? Äh... Japp. Ich mach mal grad hier einen neuen Stein rein. Und wenn da welcher drin ist, hol ich ihn halt raus und... ne? Ja. So, warte. Wo ist das? Stein. 40 Stück, nochmal. Okay. 40 Stück, wo sind sie denn? Nein. Ich hab dir die Dreckchen geworfen. Du hast wahrscheinlich auch noch nicht mehr da. Ne, liegen da noch. Obwohl ich vorbeigegangen bin, meines Erachtens, liegen sie trotzdem da noch auch interessant. So, und ich glaube, zwei so. Das sind dann fünf. Das müsste ja mit dem Fenster dann passen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt... Ja. Achso, das kann ich ja jetzt so hinbauen. Passt. Na, super. Nee, doch, da war schon richtig. Gut. Der muss weg. Na, hab ich nicht geschafft. Gut. Oh, das war grad doof. Okay. So. So. Oh, das war grad doof. Da können schon wieder Steine hoch. Ja, da komm ich nicht hin. Gut, noch einen drauf. Dann können wir hier noch weiter arbeiten. Ein Baum. Der muss weg. Ja. Aber das Holz kann ich auch nicht aufnehmen, so viel. Habe ich in meinem Inventar. Oh. So, Holz ist auch alle. Äh, ja, Holz ist alle, Steine ist alle, alles ist alle. So, da müssen wir erstmal wieder wahrscheinlich abbauen gehen, oder was? Ja, ich bin hier grad. Oder? Aber... Das sieht schon so aus, als ob wir das abbauen nicht in dieser Runde mehr machen. Nee, das sieht wirklich nicht mehr so aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo unsere Öfen stehen. Stehen die drinnen? Ach ja. Ja. Ja, warte, hier siehst du... Äh... Hier siehst du es. Hier. Ach da. Kann ich da von da auch aufzugreifen? Ja. Ja. Interessant. Keine Steine drinnen? Ja, hab ich noch in der Mitte. Ach so, das sind noch welche zum Bauen. Okay, ja, ich hatte jetzt... Nee. Oder hast du sie rausgenommen? Hast du gar nicht rausgenommen? Hast du gar nicht rausgenommen? Okay. Okay. So, jetzt hab ich zwölf Stück wieder. Oder wie seh ich das? Jetzt geht das bestimmt wieder. Ja, jetzt ist es schön. Oh, was ist denn hier passiert? Hier ist irgendwas falsch, oder? Äh... Und unser Betten. Ich hab das so gemacht, hab mir für ein bisschen Blöck gespart. Oh, da oben, aber das sieht ja doof aus. Ja, das können wir auch so machen. Zack. Okay. Und da oben, wie, was ist das da oben? Versteh ich jetzt nicht so ganz die Ecke. Das ist, damit das von der Treppe aus nicht doof aussieht. Äh... Ach so, ach, dann ist die Wand nicht passend. Aber auf der anderen Seite ist es doch passend, oder? Ja, da auf der anderen Seite sieht's anders aus. Dann müssen wir das da nochmal umbauen, oder? Da muss hier... Die Treppe wahrscheinlich anders... ...hin irgendwie. Der kann weg, glaube. Und hier muss eine ordentliche Treppenstufe hin. Die so ist. Und hier... Das muss, glaube ich, ein weiter, kann das sein? Das muss ein weiter. Das muss ein weiter, ne? So sieht's aus. Dann passt's wieder. Okay, wie sieht's von innen jetzt aus? Ja, da ist noch ein falsche kehrter Stein. Dann mach ich das. Gut, dann ist das erstmal gut. Kannst du die Ecke dann noch bauen, ne? Klopp, klopp. Hast du Streppenstufen noch? Eine. Ne, zwei. Muss die weiter rausgezogen werden, oder wie geht das? Mhm. Wir werden euch überlegen, wie. Das heißt, ich glaube, die, die alle um die Ecke sind, müssen erst einmal weg, ne? Ich brauche eine Spitzhacke. Aber kann ich mir gerade noch eine schnell machen? Warte mal, da muss einer... Ja, genau so sieht's aus. Der muss weg. Der muss weg. Und der muss auch weg. Hier muss dann... Ah, genau, der steht jetzt davor. Ich seh nix. Jetzt ist ja mal ein Block rein. Hier muss er hin, ne, oder? So, oder? Jetzt hab ich keine Treppen mehr. Ich auch nicht. Oh, da hab ich noch welche mehr. Hast du denn noch Steine? Steine hab ich noch elf Stück, ja. Wo ist die Truhe, Kiste? Kann ich gerade mal vier Stufen machen. Hm? Man könnte ja auch gerade so reichen, vielleicht, ne? So. Aber wie geht das jetzt, ne? Na ja, das weiß ich schon noch. Ich muss erst mal da unten Erde, glaub ich, reinsetzen. Dann geht das alles einfacher, oder? Das geht einfach, aber... Ach, das hier oben ist schon passend, oder? Nee, die Stufe ist ja nicht richtig, glaube. Doch, doch, die ist schon richtig. Nee. Das ist ja... Oh. Nein, guck's dir auf der anderen Seite an. Die oberste Ecke. Ist irgendwie anders. Dann geht's immer schräg runter. Das sind zwei Blöcke. Dann ist das aber nicht richtig. Der erste ist da. Gucken wir doch mal hin. Also, hier, der muss nochmal weg. Und der muss auch weg. Und der muss über die Ecke jetzt gehen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen mit der Ecke. Ach, hat er nicht gemacht. Nee, er muss auf diese Seite kommen. Okay. 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 Jetzt hat er es gemacht, ne? Und... Hier muss auch so einer hin. Und hier muss ein ganzer hin. So, so ist es da drüben. Kann er sein? Ja, jetzt musst du hier unten noch einen hin machen. Gut. Hast du noch einen? Äh, drei Stück hab ich noch. Ja, jetzt hier unten in der Ecke. So, der passt jetzt. Aber hier geht's auch noch ein bisschen rum, oder? Auf der anderen Seite irgendwie... Warte. Ja, das geht da weiter runter. Geht das direkt neben der Tür, kommt der runter, oder? Das ist dann am Ende fünf breit. Okay. Ich glaube, einer muss hier stehen, ne? Und einer muss da stehen. Und so ist es richtig, oder? Ja, dann noch dazwischen. Jetzt hab ich keinen Stein mehr, leider. Na, den hast du schon gesetzt. Gut. So, warte. Dann mach ich noch mal schnell welche. Dann haben wir das auch noch fertig. Äh, wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? So, 21 Steine hab ich. Ich könnte noch was bauen. Ich hab grad schon Treppen gemacht. Hast Treppen gemacht, okay. Gut. Ah, jetzt hab ich die Falsche gesetzt. Aber wir brauchen ja sowieso noch Treppen, so ist ja nicht. Das wird noch was kommen. So, jetzt ist aber irgendwas falsch. Ticher? Weil jetzt sieht das viel schöner aus. Echt? Ja. Und der untere ist aber so richtig. Oder? Ne, das ist schon so richtig. Das ist genau so richtig, oder? Es sah grad nur von der Textur her falsch aus bei mir. Okay. Es sah so aus, wie das aufeinander liegt. Okay, dann würde ich aber sagen... Das war's das für diese Folge. Danke, genau. Ja. Und recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei sein. Mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.